Guten Morgen, liebe Kinder. Eine kleine Singpause. Wir beginnen mit einem Du. Macht euch ganz groß, wir singen gemeinsam. Und das ist euer nächster Ton. Dann können wir schon an unser Diagramm schauen. Das ist heute unser erstes Do. Alle Kinder schauen und zählen, die Töne heißen. Do, Re, Mi, Re, Do. Alle Kinder schauen und zählen, Do, Re, Mi, Re, Do. Wir schauen und zählen, Do, Re, Do. Schaut und singt, Do, Re, Do. Wunderbar, als Handbewegung auf dem Körper zeigt und singt, Do, Re, Mi, Re, Do. Jetzt seid ihr dran, zeigt und singt, Do, Re, Do. Do, Re, Mi, Re, Do. Ciao. Ciao. Ciao.